So, dann bin ich nämlich jetzt hier auch durch. Scheiße, zu weit rausgezoomt. Ähm, ja, aber generell, mit der Etage bin ich durch. Das heißt, wir haben nur noch den Raum da. Das trifft sich doch. Super. Super. Okay, dann gehen wir jetzt da runter und packen die Mac erstmal wieder weg. Mac Munition. Obwohl ich gerade sagen muss, ich finde das mit dem... Ah, der Schalter funktioniert gar nicht. Ich dachte, der funktioniert. Mit dem Waffensystem ganz nice. Auch sehr cool. Ich glaube, aber das ist auch so im Original. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Also, es müsste eigentlich genauso stimmen, wie ich es gesagt habe. Moment, wir gucken nochmal. Äh, Läufer und Damen nicht nebeneinander. Okay, das heißt, die Dame kommt hier hin. Joink. Und der König kommt dahin. Äh, da, dahin. Müsste so sein, wenn ich das Rätsel richtig verstanden habe. Was ich offensichtlich nicht habe. Wack. Why not? Okay. Scheiße. Alles klar. Turm und Springer an derselben Wand. Das ist hier. Läufer und Damen nicht... Ah, Läufer und Damen nicht nebeneinander dafür ist. Aber hier ist der Läufer. Ja, okay. Das heißt, die Dame muss natürlich da drüben hin und der König in der Reihenfolge. Ah, da habe ich gerade die deutschen Bezeichnungen verpeilt. Jetzt stimmt's. Bin jetzt so überzeugt davon. Fuck. Won't open. Dammit. Da war ich schon wieder vollkommen überzeugt von. Gut. Turm und Springer an derselben Wand. Läufer und Damen nicht nebeneinander. Und... Dame und Turm liegen sich gegenüber. Wo ist denn der fucking Turm? Das ist die Dame. Und das ist der Turm. Ja, das... Das passt. Eigentlich müsste das stimmen, oder? Bin ich jetzt total durch. What the heck? Steckdose? Was für ne... Achso. Das ist die einzige. Das ist ja auch irgendwie nicht richtig. Gut. Moment. Nochmal. Der ist doch geil. Bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Dame und Turm liegen sich gegenüber. Wie heißen die denn auf Deutsch? Springer. Turm und Springer an derselben Wand. Und... Dame und Turm liegen sich gegenüber. Dame und Turm liegen sich gegenüber. Das heißt... Die Dame gehört doch dahin. Dame und Turm liegen sich gegenüber. Muss so sein. Und... Läufer und Damen nicht nebeneinander. Moment. Das ist der Läufer. Ja, das ist der Läufer. Ja, dann... Dann muss es ja genau umgekehrt sein. Dann kommt der Läufer nämlich da hin. Und der... King Fuck kommt da hin. Jetzt aber, hä? Ja, Mann. God damn it. Ja, ich weiß, Luki, das ist so. Aber das ist ja auch nicht verkehrt. Ja, bin fast da, Ada. Ich save nur noch mal kurz. Nur aus Sicherheitsgründen. Äh, ja. Sicherheitsgründen und so. Auf zu Ada! Kiste. Kiste, glaube ich, wäre ganz gut. Bei dem... Spaß. Rotes Kraut. Ah, eins nehme ich mal mit. Das andere verstaue ich mal. Und dann nehme ich noch mehr Blaues mit. Ich traue dem Spaß hier nämlich nicht. Ich glaube, Vergiftung... Ah, guck mal da. Vergiftung ist immer noch ein Thema. Ähm... Wow. Inventar ist voll. Ich bin begeistert. Ich... Ich bin... Programmiere studiert. Äh... Kombiniere. Aber ja, selbstständig. Kombiniere. Ne, geht gar nicht. Alles klar. Gut. Hauptsache... Die Thingies sind vollgeladen. Dann kann es losgehen. Zeit für Spaß. Oh, yeah. Obwohl ich die Flammenwerfer gerne auch noch am Start hätte. Was ist denn mit den... Achso, ja. Der Videorekorder. Okay. Ah. Ja, siehste. Ich kriege hier blaue Kräuter. Das wird schon irgendeine... Irgendeinen Sinn haben. Okay. Ich komme hier gerade nicht ohne weiteres weiter. Die geht noch mit. Siehste. Ich wusste, warum ich noch ein rotes Kraut mitnehme. Denn... Jetzt kann ich hier geile Kombination machen. Äh, combine on this. Alright, alright, alright. Und dann... Fuck. Door is closed. Abgeschlossen oder was? Gibt's doch gar nicht. Fuck. Na gut. Was muss, das muss. Aber... Die Stromversorgung steht halt auch nicht. Ja. Yo, you don't say... Ah ja, guck mal. Da. Okay. Let's do it. Rinn. Rotes Kraut. Nun gut. Das lasse ich jetzt erstmal stehen. Wo ist die Hauptstromversorgung? Da. Jetzt geht das wieder los. Oh no's. Well, well, well. Okay. Ah, so close. Ja, man. Ha. Easy. Ich bin zwar nicht scharf drauf, aber easy it is. Nun gut. Wir könnten das Rote eigentlich auch mal mit einem blauen Kraut verbinden. Hat er jetzt das... Ich mein, dafür, dass es Licht an ist, sehe ich erheblich wenig. Ich bin da noch online. Ne, ne, passt schon. Obwohl mein Name natürlich auch da steht. Wenn man... Wenn ich Pause drücke. Hier, ne? Ist ja logisch. Aber... Gemischte Kräuter, rot und blau. Alles klar. We are... Indeed a little bit... Ready. What the hell? Was hast du? Mein Gott. Alter. Ähm. Ja. Damn it. Das ist der Tyrant, der alte Pnie ist, ne? What to do? Bin ich verletzt? Nein. Gut. Ähm. Gar nicht mal so geil, oder? Scheiße. 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 Oh, hey. Hi. Was geht ab? Nix. Gut. I'm here. Au. Fucker. Go. Gotta go. Jo, nix wie weg. Sieht so aus, ne? Surprise. Alter, wo bin ich hier? Voll die schöne Umgebung eigentlich. Aber ich hab keine Zeit zu gucken. Hey, Paddel. Redberry. Ja, Mann. Sehr geil. Alter, ich kann nichts... Ah. Ah. Nichts nehmen. Ah. Dammit. Okay, okay, Leon. Pass mal auf. Nimm mal die. Nein, nimm mal die. Und dann? Gib ihm. Ah. Shit. Alter, was... Was geht mit dem Kerl? Komm her. Du Sack. Okay, okay. Komm, gib ihm. Gib ihm. Hau ihn weg. Komm, Kran, komm. Halt ruf. Bye. Komm schon. Gibt's nicht, ey. Ja, sauber. Nicht wirklich. Okay, schnell, 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 schnell. Nochmal. Der steht wieder auf. Ich seh schon, komm. Natürlich. Scheiße. Ah. Komm, 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 komm schon. Fall runter jetzt. Ja, Mann. Ja, Mann. Jetzt aber. Jetzt aber indeed. Wait a minute. Da ist noch Munition irgendwo. Ah. Okay, da geh ich jetzt erstmal nicht hin. Komm, hau ihn weg. Was zum Henker, Mann? Komm her. Komm her. Na ja, ach, dann eben nicht. Okay, can do. Can do. Ah, jetzt aber. Alter, das Vieh geht mir voll auf den Sack. Nein! Shit. Oh, shit. So, jetzt aber. Alter, und bleib da. Bleib gefälligst da. Gib ihm. Stierb. Komm, fall runter. Alter. Tschüss. Das war Crank. Und knapp. Und ich hab nichts mehr über. Den bin ich los. Das glaubst du aber nur du. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Platz. Sauber. Da drüben ist noch Muni. Warte mal. Da. Alter, wie kommt die denn da hin? Aber das, das finde ich natürlich außerordentlich. Nice. So, kann man jetzt. Ne, hier geht nichts mehr. Wo? Hä? Ah. Ah, okay. Ich hab hier alles zusammengewichst. Okay. Great. Könnt ihr mich heilen? Will ich, das ist die Frage. So, ich will trotzdem gerne Ada retten. Bin ich denn jetzt? Ah, ja. Müllsammlungsraumhebel. Warum ist die eigentlich im Waste Disposal? Komm schon. Ada. Ada, wo bist du? Ich bin hier. Ada. Ich war gerade schon in Sorge. Gerade schon. Bei Anna. Ich krieg es nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich das... Tu es einfach. Ich kann so nicht laufen. Okay. Wird wehtun. Ja, ach. Ah, es ging ja wohl voll klar. Lass doch, ich mach es selbst. Entspann dich, okay? Ja, mach es dir selbst. Verdammt. Also, wie geht's weiter? Sieh zu, dass du es hier raus schaffst. Solange du noch kannst. Ich werde dich nicht hier lassen. Nicht so. Du verstehst es nicht. Die Situation ist übler, als ich dachte. So einfach wirst du mich nicht los. Na, dann. Du hast mich beschützt? Jetzt bin ich dran. Wusste nicht, dass wir hier Punkte zählen. Greif meine Schulter. Ganz schön mutig, Frischling. Okay, will er mir helfen. Nein, ich bin nicht. Nein, ich bin nicht. Vorsichtig. Du musst helfen. Wir müssen dringend zum Nest. Nest? Umbrellas Labor. Direkt unter uns. Ernest hat sich verplappert. Dort sind die Virusproben. Bist du dabei? Nein. Mein Kalender ist frei. Okay, Patrick. Dann schreib mir mal ein WhatsApp, ja? Zum Labor gehen. Dann schreib mir mal ein paar Minuten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020